Tschau, Kevin! Wer hat denn nichts an? FV! Danke! Friede! Moin, Jürgi. Guten Morgen. Was machen wir denn heute ein wenig? Ballern, oder? Wo fahren wir denn ein wenig nach? Ist ja weiter nichts los. Wir gehen zu unseren ostdeutschen Mitbürgern und pflegen unsere Freundschaft zu ihnen, indem wir sie einfach über den Haufen schießen. Area 13 habe ich irgendwas gehört bei Leipzig. Und es ist jetzt, wollt ihr gar nicht wissen, das ist halb sieben in der Früh, durch. Abfahrt war halb sieben. Danke, Chef. 36. 34. Er hat einen dicken Sack heute. Fahren da mal hoch, die Fahrt dauert so 2, 2,5 Stunden denke ich von hier aus. Ich geh nochmal kacken. Das war der Grund, warum ich gestern gesagt habe, das stelle ich mir heute nicht an, bleibt dran. Geile, das war jetzt ein geiles Ding. Servus Leute, jetzt übernehme ich mal, weil hier ist der Chart, der hat gerade was anderes zu tun. Ich weiß nicht, was der Kollege vorher schon gequatscht hat, aber wir sind ja heute unterwegs zu einem Event. Und hier sieht man es schon leicht da. Area 13 in Leipzig sind wir angekommen. Jetzt ist es heute am Start, hier ist Pascalstadt, Christstadt, ja die anderen zwei Doofen kennt ihr schon. Deswegen auch die neue große Kiste. Also wir melden uns jetzt mal an, wir melden uns später wieder bei euch und genau, jetzt nehme ich ein was. Ich will euch natürlich auch jetzt was zum Innenbereich zeigen. Also wie gesagt, wir sehen hier jetzt den Eingangsbereich, die Kasse, was hier geil ist. Hier kann man auch mit EC-Karte bezahlen. Habe ich beim Airsoft Spielfeld bis jetzt zum ersten Mal gesehen. Leihwaffen, hier in dem Fall Paintball Waffen. Ihr könnt aber auch von Airsoft Firehawks leihen, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben genug auf Lager. Gut, alles andere ist hier sehr stabil verbaut und alles. Also ist echt klasse gemacht. Die haben da ordentlich was reingelegt. Ab in den zweiten Stock. Hier oben befindet sich dann das Café. Das was ihr seht, ihr später noch seht. Gehen wir jetzt weiter noch in die Umkleide rein. Geht die Tür auf. Was natürlich schön ist, auch in dem kompletten Gebäude ist eine sehr schöne akustische, ist auch Musikanlage und so weiter. Und hier in den Umkleiden sieht man halt zahlreiche Spinde, Bänke, wie auch immer. Da kann man sich auf jeden Fall dementsprechend ausbreiten, ausrüsten und sonstiges. Also ist auch schön gemacht mit ein bisschen Grünzeug. Lumpi halt, ne? Hallo Daniel. Der sieht einen wieder nicht, ne? Blindfisch. Ah, jetzt hat er einen gesehen. Gut, wie gesagt, das geht von den Umkleiden runter. Nach links, beziehungsweise rechts geht es dann raus. Wir haben rechts die Toiletten, die sehr sauber sind und auch funktionierende Duschen haben. Und hier geht es dann zum eigentlichen Ding und das Indoor-Spielfeld. Alles gut zu teilen? Ja, alles recht schön optisch hergerichtet. Gehen wir mal kurz drüber über das Indoor-Spielfeld. Also es sind ein paar Autos gestellt. Es sind zahlreiche Deckungen vorhanden aus Sperrholzplatten. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Spawn B. Ne? Ja, toll, ne? So sehen Sie ja uns schön oder Lülle. So sehen Sie ja uns schön oder Lülle. Wir möchten ja nicht, die muss protzig sein, aber noch vier Vokalien in Folge. Komm mal langsam mal drüber nachdenken. Das Ganze ist auch so gemacht, dass sich die Seiten sehr spiegeln. Also wie gesagt, es ist überall relativ gleich von den Deckungsmöglichkeiten her. Auch mit den Autos, die stehen fast an der selben Stelle. Ja, bietet auf jeden Fall richtig geil Platz. Toll, ne? Also. Haben wir noch das Outdoor-Spielfeld. Ja, ist eigentlich im Vergleich zu innen ähnlich aufgebaut. Bloß wie ihr seht schon mit mehr Autos. Unten es steht ein Bus in der Mitte. Ähm. Ist auf jeden Fall cool. Wir haben jetzt leider, oder ich habe jetzt leider nicht auf dem Outdoor-Spielfeld gespielt. Ähm. Da könnt ihr auf jeden Fall bei, beim Kollegen von den Lichtenfeld, oder beim Raccoon mal was sehen, wenn er sein Video dazu raushaut. Ja. Also an und für sich recht geil alles. Ja. 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 Wir sind hier, wie gesagt, auf der Area 13 heute. Und ich will euch mal kurz ein bisschen was zeigen, weil hier wird natürlich nicht für euer geiles Geballer bezahlt, oder so. Sondern ihr könnt natürlich auch fressen und saufen und... Kann sie gucken. Ne, Quatsch. Ähm. Also ich finde es hier eigentlich relativ cool. Muss ich sagen. Es ist sehr geil gelöst, das Ganze. Ähm. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Es ist wirklich eine coole Location hier. Ähm. Ja. Guckt halt mal vorbei. Ja. Der Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung unten drin. Wir werden es jetzt packen. Losfahren. Ab in die Heimat. Tschüss Leipzig. Ich komme nachher nochmal zum Fazit. Zum Abschluss. Abschluss-Fazit. Ne. Alles gleich Jungs. Also. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. So. Wir sind nun daheim angekommen. Und ich habe mir meinen Daniel hier. Ähm. Wo ist die Nase? Da ist die Nase. wieder da. Und. Daniel. Was sagst du zum heutigen Tag? Das Fazit. Ähm. Hat sich definitiv gelohnt. Es gab. Ich weiß nicht ob man schon gesehen hat. Und. Kantine mit. Man schade. Aber nicht so 0815 Mikro Gedönse. High Class. Es gab. Sanitäre Anlagen. Vom feinsten. Die Duschen sind nicht nur Deko. Und die. Was mich gewundert hat. Die Stimmung unter den Leuten bei dem Championship. Ich dachte. Oh da kommt der Skate. Oder. Nix. Im Gegenteil. Alle waren sehr sehr brav. Und ganz ohne kommt man natürlich auch nicht nach Hause. Äh. Ja. Wir sagen. Wir haben es mal gerockt. Oder Jürgen. Was meinst du? Ich geh jetzt heimsaufen. Hahaha. Genau. Ne. Wir haben uns auf jeden Fall geil angestellt. Den ersten Platz gemacht. 200 Euro Gutschein. Fettes Lob geht hier raus an Shoot Club. Von dem der Gutschein ist. Area 13. Shoot Club. Und alle Beteiligten. Raccoons. Alle Beteiligten. Die das eigentlich möglich gemacht haben. Ja. Und. Ja. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Area 13. Besucht es auf jeden Fall mal. Echt. Geile Leute. Geiles Gelände. Äh. Nicht nur innen. Auch draußen. Ja. Wie ihr schon gesehen habt. Leihausrüstung. Lasertag. Paintball. Hast du nicht gesehen. Kannst alles machen. Total klasse. Ja. Dann würde ich sagen. Dann war's das. Von uns. Von heute. Für diesen Vlog. Wir sehen uns beim nächsten. Irgendwann mal. Tschernobyl. Genau. Tschernobyl kommt ja. Da kommt wieder. Drei Wochen. Drei Wochen. Da wird wieder ein Vlog kommen. Und ja. Also in dem Sinne. Aber vielleicht ein bisschen andere Dialekt. Man weiß noch nicht so genau. Was wir da machen. Genau. Also. Ja. Würde ich sagen. Dann verabschieden wir uns. Auf Wiederschauen. Euer Hoibi. Unchart. FV. Ciao.